So Leute, wir machen heute ein bisschen PvP mit dem Hackebell vom letzten Mal. Und ich hatte gerade schon einen PvP-Kampf, das ist ultra witzig. Also Leute, die von Invasion nix halten, schaltet jetzt auf jeden Fall ab. Ich kann das absolut verstehen, weil ich bin auch immer übel abgefuckt. Die Leute werden so abgefuckt, seien sie tun mir so leid auch, weil mir ist das auch schon passiert hier mit der Invasion. So, ich werde... Ich komme hier hin. Der ist tot. Es tut mir so leid. Aber das war es schon. Ich glaube, der andere Typ ist schon in den Nebel reinklang, oder? Leute, es ist einfach lächerlich. Wo bin ich? Wo bin ich? Er geht direkt da rein. Und lässt seinen Kollegen hier einfach sterben. Ja, sein Kollege ist halt tot. Oh Mann. Gestern Abend nur gesehen, da bist du online gegangen bei Mario Kart. Da war ich schon ein bisschen traurig, dass du nicht mit mir gespielt hast. Oh, da muss er aufpassen. Da muss er aufpassen. Das ist so ekelhaft. Dieses Scheißbein ist so ekelhaft. Ist wieder der gleiche? Nee, ein anderer. Oh, da muss er aufpassen. Da muss er aufpassen. Guck mal, wie er versucht, wegzulaufen. Scheiße, ist das ekelhaft. Es tut mir so leid, Leute. Das macht mir so Spaß. Das wird mich auch extrem... Okay, jetzt kommt der nächste. Oh. Oh. Aber der Typ war nicht dabei. Der war schon wieder da drin. Ach, guck mal. Das glaube ich, das ist der Typ von eben sogar. Der ist einfach direkt abgehauen. Oh, nee. 불 Rabbi, bitte.